Hallo liebe Freunde des Bewegtbildes im Internet und damit der Webvideos. Die Webvideotage und damit der Deutsche Webvideopreis gehen in die entscheidende Phase. Die hochkarätig besetzte Jury hat aus 4000 Einreichungen die Nominierten ausgewählt. Und jetzt seid ihr dran. Ihr könnt nämlich in jeder Kategorie eine Stimme abgeben und euren Liebling auswählen. Hinterlasst allerdings eure richtige E-Mail-Adresse, alle anderen Votings fliegen raus. Und damit bestimmen, wer den Publikumspreis jeweils in der Kategorie gewinnt. Und die Preisverleihung, die ist dann am 20.02. in Essen ist die Premiere des Deutschen Webvideopreises. Und ihr könnt auch dabei sein. Es gibt Karten noch zu kaufen auf www.webvideotage.de. Und ihr könnt auch noch was gewinnen. Wir haben uns nicht lumpen lassen. Und Magix hat sich bereit erklärt, zehn Pakete ihrer Top-Version Magix Video Deluxe Premium HD zu vergeben. Und zwar, wenn ihr folgende Frage beantwortet. Wie viel Nominierte gibt es insgesamt für den Deutschen Webvideopreis? Und diese beantwortete Frage, also die Antwort auf diese Frage, schickt ihr an gewinnspiel-at-web-videotage.de. Und wenn es mehrere richtige Antworten gibt, dann werden daraus die zehn Gewinner ausgelost. Ansonsten erwartet uns ein absolutes, sensationelles Event am 20.02. Wir sind total gespannt und ich drücke euch die Daumen.